Interessant. Interessant. Okay. Oh was. Herzlich Willkommen für AirGamer. Zarkbackfly wieder am Start. Wir... Wie ihr seht, habe ich mein Gear Kit in der Hand. Wir zocken Pixel Ripped 1989 weiter. Game is never over Bonus Level. Das ist unser Jahrbuch. Da laufen die Credits. Da ist ne Party. Ah ok, ich kann spielen. Das war ein Buch. Was für ein Buch. Wir spriten einfach mal hier durch. I feel sorry for the people on the trees. Ach ne Brücke. Stimmt da war noch was mit der Brücke. Das ist die Brücke. Au. Ist das... Du hast mir doch mal geholfen oder? Geil. Hört ihr die 80er Jahre im Hintergrund? Oh es gibt sogar eine Pixel Ripped Gaming Experience. Zeitmaschine. Drei Steine um sie anzumachen. Okay. Irgendwie so Dreiecke halt. Ist das schon mal das Erste? Hast du uns das geschenkt? Ich laufe einfach mal weiter. Da ist ein Stein. Codestone. Ah, wir haben uns einen Programmierer gegeben. Noch einen Programmierer. Das sind also die ganzen Leute, die hier für die Firma arbeitet. Avore? Ist das der Name von dem Entwickler? Da ist auch ein Stein. Ich muss wahrscheinlich hier hochkommen. Ach, wir nehmen auch Soundstudio. Sorry. Audio Stone. Ein paar gute Sounds. Habe ich immer Bock drauf. Ich geh erstmal hier und lass hier unten. Go Go Lila. 3D Modeling. Okay. Könnt ihr mir einen Stein modeln? Wer bist du? PR Marketing. Komm. PR Teilung muss er wohl einen Stein parat haben. Gibt's doch nicht. Was ist das? Ein Roboter. Pixel Artist. Und hier ist das Boot. Ich komm da nicht hoch. Ah. Und da ist der Stein. Artstone. Finde den Master. Wahrscheinlich wieder zurück dann. Wo war der? Auf der Brücke, oder? Jawohl. Shit. Was habe ich jetzt ausgelöst? Was hast du ausgelöst? Was hast du ausgeheckt? ok schau zu Blablablablabla Interessant Interessant Ok Oh was ich bin der creator kein problem ist ja auch meine welt gewesen dann liegt mir auch ein bisschen was dran was ist denn jetzt schon wieder los? zeitmaschine oh da ist ein stein fehlt noch ich habe mein handy die ganze zeit ich hoffe nicht sorry auf jeden fall ich sollte mal aufhören das dem das mikro zu legen da fehlt immer noch ein stein schuße hier 95 sieht wirklich gut aus 99 okay 99 ist ja wohl das stärkste was passiert denn jetzt? see you on the next pixel ribbed war das jetzt final level gerade? das ist die katze ich bin der Hauptmenü oder? ich schaue da mal ganz kurz alles klar das ist dann doch wieder dass wir das noch nicht gemacht haben ich lass mal hier so die credits laufen ja das war es dann mit pixel ribbed ich werde auf jeden fall nochmal reinschauen mir die ganzen geheimnisse anschauen die wir noch so entdecken können und ja ich denke mal ich werde da auch nochmal ein video machen dann habt ihr wirklich 100% von dem spiel gesehen würde mich natürlich freuen was ihr von diesem playthrough haltet kommentiert gerne hier hinterlasst ein like abonniert den kanal out right weiter und jetzt gut